jetzt kommen wir zu dem scania laster hinten ist eigentlich unserem logistik center nach empfunden aber was soll es man kann halt nicht alles verlangen und auch nicht alles bekommen erstmal packen wir jetzt aus warum geht das auf einmal so schwer vorher ganz so leicht bei dem sprinter und hier ist ja sogar noch ein mitnahmestabler dabei super cool dieser mistige aufkleber aber was cool ist in dem scania drinnen ist ein richtiges trucker bett endlich ist dieser doofe aufkleber ab den pummel ich jetzt zusammen und den muss ich ganz kurz wegziehen vorne haben sie richtig coole echte armaturen bretter mit aufklebern rein gemacht das sind die das haben die alten modelle nicht und hinten drin ist ein richtiges trucker bett und Oh Mist, ich bin ja bei einem Päckchen gestolpert. Oh, wo geht's denn jetzt hin? Tschüss, bis zum nächsten Mal, mein super Channel. Mich würde es freuen, wenn ihr diesen Film noch über 1000 Mal klickt. Tschüss. 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 Tschüss.